Herzlich Willkommen zurück zu der Spacopman Advanced Adventure. Letzte Folge bin ich auf dieser Route stehen geblieben, auf dieser unendlichen Route, und dann geht's sofort weiter. Ah, ich hab vergessen mein Team zu heilen, aber egal. Ich hoffe mal, dass es kommt. Ah, Glück gehabt. Ich müsste mal die Paralyse heilen, sag ich mal. Hab ich hier irgendwas? Nö. Oh, da ist noch ein Pokéball. Den krieg ich erst später. Oh. 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 Hoffentlich trifft. Ah. Das wird knapp. Okay, mit. Okay, aber. Okay. Ich dachte, es wird extreme Speed. Äh. Oh. Oh. Dann kann ich doch viel Glück verlernen. Oh. Also geht's direkt zum nächsten Trainer. Ich hoffe einfach, dass ich gewinne. Nein. Komm schon. Dann werde ich das Item wohl später holen. Die Stadt sieht richtig cool aus irgendwie. Na jedenfalls, jetzt wo ich hier bin, ich habe nämlich in Part 15 was übersehen. Also ich habe es nicht übersehen, aber dann vergessen nur eins zu sammeln. Deswegen werde ich da mal kurz hingehen. Hier muss es gewesen sein. Und zwar hier unten. Ähm. Jetzt muss ich bloß noch da hinkommen. Hier lang wahrscheinlich. Ne. Mist, ich will das Item unbedingt. Diese Kämpfe. Schnäppke wäre natürlich auch cool, aber ich habe ja schon eins Pokémon. kann man. Äther. Ja, mir geht es nicht. Ich entscheide mich, was da rumland geht, aber man kommtall ja nicht hin. Naja, jedenfalls habe ich jetzt das Item überrollt und das war mein Plan. Okay, die Route ist auch schon ziemlich lang. Das muss ich zugeben. Aber jetzt, wo meine Pokémon geheizt, kann ich ja... Den kannst du jetzt mal abgeben. Ich habe jetzt zwei, das ist ganz praktisch. So, dann hole ich mir jetzt noch das Item. Vorausgesetzt... Ach, ich setze jetzt einfach einen Schutz ein. Altaria, okay. Nicht... oh man... Yes! Okay, es war ein super Trank. Aber immerhin war es. Geht jetzt noch kurz heilen. Ich habe die Route ja noch nicht komplett erkundet. Okay. Darum geht es dann nicht mehr lang wahrscheinlich. Ich habe mich jetzt immer noch angewöhnt, statt A die Speed-Taste zu drücken. Oh, okay. Und... Äh... Ultra-Bayer überall. Aber... Ich kann da durch nicht mehr A drücken. Ähm... Und... Wo geht das hier hin? Und... Wo geht das hier hin? Ne... Der Schutz flippt mal aktiv. Da kam ich schon hier nicht sogar. Da kam ich schon hier nicht sogar. Ich meine hätte eigentlich die ganze Route überspringen können. Um... Und zu wissen. Wofür das hin? Wofür ist das hin? Wollen wir es machen? Dann geht es jetzt wohl in die nächste Stadt. Village of Dragons. Hey, bist du Nilg? bitte du musst uns helfen unser unsere stadt ist bekannt dafür dass zuhause der drachen zu sein für jahrhunderte mensch und drachen liebten harmonisch bis clean sich gegen sie stellte bitte stell die beziehung zwischen uns und den drachen wieder her hey du kann ich dir helfen oder du bist nirg in case keine ahnung also du hast nicht gehört das ist unsere stadt die das zuhause des stärksten pokémon typen dings da ist ja interessant hier ist die arena ja da geht es auch nicht lang hier oben ist auf jeden fall noch haus also man kriegt auf jeden fall ziemlich viele tms also bisher ständig noch keine dm vm nur sehen zu haben da kann ich direkt nochmal 10 mitnehmen hier natürlich mach ich mal 20 hauptschutz 99 wenn ich schon mal dabei bin kann ich mir ein paar mehr mach ich mal 50 also geldmangel hat man hier auf jeden fall nicht dann geht es noch hier oben lang kaskade wieder kaskade braucht man dann echt viel stellen muss ich hoffentlich kann ich mich an alle erinnern und vergesst du nicht irgendwas kann ich dir helfen oder du bist diese berühmte nirg ich habe alles über dich gehört ich äh ja ja danke äh toll äh äh nilk scheint jetzt anscheinend die dieses ding hier übernommen zu haben also pokémon quartier aber jetzt ist erstmal die arena dran ja ich habe ja nur gänga gegen die trache da sind da keine doppelkämpfe 50 direkt der nächste ja okay das ist jetzt etwas zu stark ich meine ich kann es probieren aber ich meine ich habe ja 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 naja ne ja ja ne ja das ist ich habe es gerade gesehen wie man hinkommt oder jeden fall da oben irgendwo oder man muss auf jeden fall vielleicht kommen wir nur von da unten an ich weiß es nicht ich müsste theoretisch die pokémon trainieren kann ich ja bis zur nächsten folge etwas machen ein nido king einfach da ist hier noch mal ein trainer reicht aus nicht aus sich schnell noch lange wird sich da was ein doppelkampf sogar und damit müsste ich gewonnen haben genau das war es mit der folge bis zum nächsten mal und tschüss